... als Kuppler zu betätigen. Wieso nicht? Ich kann mich nicht ewig um dich kümmern. Hm, so schöne Apfelsinen nehme ich auch für meinen Valensina. Hm, sehen Sie, es wird doch mal ohne frisch gepressten. Wenn's Valensina ist, bestimmt. Entweder frisch gepresst oder Valensina. Dittmeiers Valensina. Wenn mal was passiert, dann möchte ich Sicherheit haben. Einfach Schutz. Aber warum versichert die Huck Coburg so fair und günstig? Ich geh einfach noch mal hin und frage. Huck Coburg, da bin ich mir sicher. Erleben Sie Hightech in der dritten Dimension. Die neue Braun Oral-B Plug Control 3D. Durch sanftes Pulsieren des Bürstenkopfes wird Plug gelöst und mit Seitwärtsbewegungen entfernt. Damit reinigt sie deutlich besser als eine Handzahnbürste. Die Braun Oral-B Plug Control 3D. Willkommen in dieser dritten Dimension. Neues aus der Milkaner Gerüchteküche. Die Milkaner frische Schale hat den geringsten CW-W in ihrer Klasse. Das ist natürlich alles Quatsch. Richtig ist vielmehr, es gibt jetzt die neue Milkaner Käseküche. Die erste flüssige Käsecreme mit der Aufläufe, Gratins und Soßen einfach lecker gelingen. Falsch ist dagegen, dass sie durch den extra Schuss Sahne auch im Kaffee schmeckt. Milkaner. Kaum ein Käse kann so viel. Wetten, dass die Braun Oral-B Plug Control besser putzt als ihre Handzahnbürste? Jetzt testen, zufrieden oder Geld zurück. Heute kommt ja dieser Austauschstudent aus Frankreich. Der schläft auch bei dir. Hallo, ich bin Pascal. Ein Mädchen. Pascal, ein Kaffee? Und wie wär's mit einem Duplo? Was ist Duplo? Ein Schokoriegel. Zum Kaffee? Ganz schön anspruchsvoll. Voilà, die wahrscheinlich längste Praline der Welt. Sind die lang? Und ich dachte, deutsche Männer haben keine Fantasie. Für die einen ist es Duplo, für die anderen die wahrscheinlich längste Praline der Welt. Und jetzt zeig ich dir dein Zimmer. Am 1. April kommt der neue T-Online-Tarif. Damit einfach jeder die grenzenlosen Möglichkeiten des Internets günstig nutzen kann. Genauso selbstverständlich wie alles andere, was wir täglich tun. Deutschland geht T-Online. So günstig wie noch nie. Gehen Sie mit. Infos unter 0800 33 05 500. Maggi-Fix für Zwiebel-Sahne-Hähnchen. Zwiebel-Sahne-Hähnchen. Klingt gut, oder? Klingt kompliziert. Ist aber ganz einfach. Sahne, Maggi-Fix anrühren, über das Hähnchenfleisch geben und ab in den Ofen. Ist ja wirklich einfach. Guten Appetit. Sieht gut aus. Mit Maggi-Fix was Tolles zaubern. Zwiebel-Sahne-Hähnchen. Am 1. April kommt der neue T-Online-Tarif. Damit einfach jeder das Internet günstig nutzen kann. So selbstverständlich wie alles andere, was wir täglich tun. Deutschland geht T-Online. Gehen Sie mit. Infos unter 0800 33 05 500. Meine Zukunft kenne ich nicht. Aber die meiner Haut kann ich jetzt jeden Tag beeinflussen. L'Oreal Futur E. Feuchtigkeitspflege mit reinem Vitamin E. Dem wirksamen Schutz vor Hautalterung. Es ist mehr als eine einfache Feuchtigkeitspflege. Denn das reine Vitamin E wirkt tief in der Haut. L'Oreal Futur E. Damit Ihre Haut auch morgen noch jung aussieht. L'Oreal, weil ich es mir wert bin. Auf die Freundschaft. Holsten Pilsner. Twinset ab 69,95. Eines von 100 Extra-Highlights aus dem Otto-Katalog. Top 100. Top Mode. Top Fit. Na klar werden im Deutschen Fußball Fehler gemacht. Ich hab's doch immer gesagt. Unsere Jungs brauchen noch Weltklasse Gegner. Wir haben genügend Talente in Deutschland. Nur zu wenige werden systematisch gefördert. Wann Deutschland wieder Weltmeister wird, das wird eine lange Geschichte. Schon für vier Pfennig telefonieren? Einfach 01019 vorwählen. 01019 die Vorwahl für Ferngespräche. Entdecke eine ganz andere Seite an dir. Flieg nach Australien. Täglich mit nur einem Stop. Mit Quantas. The Spirit of Australia. Mit 01019 schon für vier Pfennig ohne Anmeldung telefonieren. Mehr Infos 0805 19 19 19. Daft die Fuchs, hallo? Jetzt mit Fleckweg. Jetzt mit Vorwaschhunde. Jetzt noch weißwaschiger. Waschmittel haben's ganz schön schwer. Dauernd muss was Neues her. Spee wäscht ohne Zauberweiß. Mit Mega-Perls zum kleinsten Preis. Spee-Mega-Perls. Die schlaue Art zu waschen. Von Henkel. Miteinander träumen. Miteinander lachen. Miteinander glücklich sein. Mont-Cherie mit der Piermont-Kirsche. Miteinander Kirschen essen. Und Ostern so richtig geniessen. Stellen Sie sich einmal vor, es gäbe kein volles Korn. Dann gäbe es auch keine Kornsäcke. Keine Mülle. Und keinen Müller. Und es gäbe kein Wasser. Aber zum Glück gibt es ja das volle Korn. Und deshalb gibt es auch Wasser. So lecker. Wasser. Das knägt und schmeckt. Manche Dinge sind heute in und morgen out. Und manche Dinge sind einfach gut. Nivea Body Milk. Oft kopiert, nie erreicht. Hier kommen sie ganz klein raus. Ab 28. März. Liebling, ich habe das Publikum geschrumpft. Die neuste Attraktion, die sie schrumpft und schrumpft. In Disneyland Paris. What does it mean to be a man? To be a gentleman. Really gentle and really a man. Contradiction from man. New from Calvin Klein. Der Montagabend. Pro Sieg Mystery. Um 20.15. Akte X. Die Mystery-Serie. Agent Molder. Im Bann eines afrikanischen Flurs. Ein Fluch, der sich vom Geist des Todes nähert. Danach Outer Limits. Und diese schlimme Zeit heißt wie? Der Große Krieg. Richtig. Doch der Große Krieg ist noch nicht zu Ende. Mystery. Morgen ab 20.15 Uhr auf ProSieben. Der Fernsehmonat des Jahres. An Ostern beginnt er. Mit einzigartigen Stars und mit Filmen, die nicht von dieser Welt sind. Willkommen auf der Erde. Heat. Robert De Niro und Al Pacino im gnadenlosen Duell. Was, wenn sie es schaffen, mich einzukreisen? Und ich muss sie umlegen. Zwielicht. Richard Gere in einem packenden Gerichtsdrama. Alle glauben, dass sie es waren. Alle glauben, dass sie es waren. Ich bin der Einzige, der ihnen glaubt und ich bin so dicht dran. Lügen haben lange Beine. Mit der bezaubernden Uma Thurman. Sie hat wirklich alles und noch sehr viel mehr. Und Independence. Will Smith in dem Blockbuster von Monat Emmerich. Wenn das kein Grund zum Feiern ist. Ostern auf ProSieben. Gute Unterhaltung. Weiter geht's mit dem Spielfilm am Sonntag. Präsentiert von D2 Mannesmann. Geheimnis canción. Klingt wie eine Sau in